Na, das werden wir ja schnell zusammen kriegen. Aber erstmal was trinken. So. Zwei Holz. Ernsthaft? Das ist ja gar nichts. So. Ja, fünf. Das wäre jetzt das sechste. Oder soll ich jetzt noch eine Palme fällen? Naja, ich warte mal. Oh. So. Siebte. Und dann kommen hier schon drei angeschwommen. Das ist ja perfekt. So. Zack. Und zack. Gut. Zehn Stück. Perfekt. Das passt ja. Zack, zack, zack. Zack, zack. So. So sieht's aus. Dieser Raum. Eigentlich nicht schlecht, ne? Ist wirklich nicht schlecht. Boah. Okay. Mensch, Mensch, Mensch. Das ist schon was, aber ich muss jetzt, ähm, was essen. So. Und vielleicht noch was trinken. Das wäre auch nicht ganz schlecht. Ähm, so. Ich muss mir angewöhnen, mehr zu trinken, das ist wirklich so. Und ich hab kein Essen mehr. Hi, kommst du mal bitte? Ja, perfekt. Das wäre sehr nett. Und hopp. So, komm, 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 noch einmal. Ja, perfekt. Tauchst eben wieder runter. So, dann müssen wir wieder warten. Was macht eine Truhe, ähm, acht Holz. Und... So, das hätte ich jetzt noch. Zack. Ähm, trinken. So, zack. So, zack. Aber das wäre wirklich nicht schlecht. So, ähm... Soll ich ja Abteilungen reinmachen? Wenn, dann so hier, ähm... So hier. Ich weiß nicht, was hier die Mitte ist. Ansonsten immer so hinstellen. Oder immer an die Wand. Ja, komm, immer an die Wand. So. Oder... Ach, ich hab kein Holz mehr. Gut, das hat sich schon erledigt. Nicht, ähm... Schnell was trinken. Zack. Oh. Nachlegen. Und die Kartoffel, die esse ich. Zack. Ach du. Warum bekomme ich so viel Blätter? Nein. Ich möchte Holz. Boah. Ach, der sortiert es selber in die Kiste. Die ist jetzt bestimmt voll, wenn ich reingucke. Ach so. Stimmt. Daran hab ich gar nicht gedacht. Hä? Ich hab die... Ich hab die... Ach so. Ich hab die gar nicht platziert gehabt. Okay. Also ich bin von... schon vollkommen durch. Ähm... Das geht nicht. Wand. Du musst weg. Nein. Nein. Nicht du. Oh. So. Du kommst wieder hin. So hier. Ja, ne. Das geht schon. So. Dann tun wir hier Blätter rein. Ähm... Das geht schon. So. So. Gut. Dann brauchen wir noch mehr Truhen und... Holz. So. Zack. Trinken. Und Holz, 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 Holz. Mehr Holz. Mehr Holz. Aber mich wundert's, dass der hier gar nichts mehr angreift. Komisch. Richtig komisch. Aber ich find's eigentlich ganz gut. Jetzt hab ich wenigstens etwas Zeit. Auch mal mein Haus weiterzubauen. Nee, das schaff ich nicht mehr. So. Hopp. Schnell raus. Zack. Zack. Und... Ich treff nicht. Ach. Aber das ist immer mal so. Manchmal du... Da denkst du, du kannst gar nicht treffen und triffst das Unmögliche. Und... Dann denkst du dir auch manchmal... Warum hat der nicht getroffen? So. Jetzt ist er erstmal unten. Zack. Okay, ähm... Gut. Warum hab ich hier ständig eine Kartoffel? Die nervt. Oh, minimal, äh... Ist der Hunger hochgegangen. Also... Die Sättigung, eher gesagt. Hochgegangen. So... Kann ich... Ah, jetzt geht's nicht mehr. Ich dachte schon. Ähm... Hm... So hier ungefähr. So, ne? Ja, das passt schon so. Gut. Dann hier nochmal eins hin. Und ich weiß, ich hab wieder Durst. Hier. So. Ja, das passt schon. Ähm... Die lass ich mal frei. Dann kommt hier das ganze Metall rein. Und... Ich tue jetzt... Ach so. Ich tue jetzt einfach mal Kokosnüsse nehmen. Okay. Stimmt. Die Palmsamen, die können wir auch... Hier reintun. Ah, nee. Hier muss... Oh. Das noch rein. Der wärt hier aber schon fast wieder voll. Ach, ich hab doch keine Ahnung. So. Oh. 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 Zack. Hä? Wo hat denn der jetzt drauf gehauen? Und warum? Komisch. Ähm... So. Jetzt... Ne, hier noch. Muss doch langsam mal Ende sein. Oh. Da können wir um was ich drohen. Naja. Dann... Muss ich etwas nachhelfen. So. Gut. Mehr kann ich eh nicht. Und zack. Und zack. Okay. Da können wir wieder zu meinem Lager gehen. Dort ist noch nichts kaputt. Gut. So. So. Ähm. So hier. Zack. Ja. Das passt schon. Und... Na komm. Oh. Ach. Das ist so schwer. Ja. Das so fein zu justieren. Und... Rüber. Ja, ja. So passt es noch. Na. Nicht zu weit. So. Perfekt. Boah. Boah. Achso. Ähm. Ich geh mal näher ran. So. Passt das so? Ja. So. Passt das so? Sieht gerade aus. Ob es das wirklich ist, weiß ich jetzt nicht. Ähm. Fast voll. So. So. Das nehm ich mal raus. Da kommt... Hier das rein. Und das Zeug... Naja, ich hab kein Holz mehr. Das ist das Problem. So. ... Dort war noch ein Brett. Und... Ne. Dort noch eins. Boah. Manchmal ist das so versteckt, ne? Zack. Gut. Eine Kiste geht schon mal. Ja. Die zweite... und essen die trinken meine ich essen zwar auch so zack aber auch trinken ich weiß nicht ob ich noch zwischenwände machen soll dass ich wie hier so einen gang habe das werden das wäre noch eine idee aber hier gibt es nicht so eine ritze na nee aber wie viele bretter habe ich hier frei 123 123 das wäre dort okay ich mache erst mal das hier hin so die wand aber wo mache ich den zugang